Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gibt es mal was für Leute, die mit dem Filmschnitt anfangen möchten. Also ein Video für Anfänger im Filmschnitt. Ich habe mir da mal verschiedene Programme angeschaut und bin bei einem Programm hängen geblieben, wo ich glaube, dass es für Anfänger ganz besonders gut geeignet ist und das ist Filmora9. Dieses Video bzw. dieses Schnittprogramm möchte ich dir in diesem Video zeigen und dir einfach mal so eine kleine Einführung in die Welt des Filmeschneidens geben. Denn gerade jetzt zu diesen Zeiten, wo wir vielleicht ein bisschen länger und intensiver zu Hause sein müssen, kann man sich vielleicht auch mal mit neuen Dingen beschäftigen und das könnte ja vielleicht dein Thema werden. Also viel Spaß mit diesem Video. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich mir verschiedene Programme angeschaut. Natürlich gibt es auf der einen Seite Adobe Premiere. Das große Problem dabei ist allerdings natürlich, dass Premiere es nur im Abo gibt. Das bedeutet, man muss monatlich zahlen. Man bekommt es in der Einzelversion, glaube ich, für 23 noch was. Knappe 24 Euro im Monat. Aber das möchte natürlich nicht jeder bezahlen. Und da gibt es natürlich noch andere Alternativen, wie zum Beispiel DaVinci. Wobei ich sagen muss, dass ich noch ein besseres Programm für Anfänger gefunden habe. Und das ist Filmora9. Das ist für mich persönlich einfach das Programm, was am einfachsten am Anfang ist für den Einstieg. Wenn man dann natürlich später weiterkommen möchte und vielleicht noch mehr Möglichkeiten haben möchte, dann kommt man wahrscheinlich um DaVinci oder vielleicht sogar Premiere gar nicht mehr herum. Aber gerade für den Einstieg finde ich es besonders wichtig, dass man sich da an einfache Programme hält, die trotzdem viel leisten können. Und da ist Filmora9 für mich eigentlich genau das Richtige. Denn man kann mit erstaunlich wenig Zeit wirklich richtig coole Effekte erzielen. Und den einfachen Videoschnitt, den kann man sowieso da mitmachen. Und wie das genau funktioniert, möchte ich dir jetzt in diesem Video zeigen. Wird ein bisschen länger, weil ich dir halt, wie gesagt, so eine kleine Einführung geben möchte, wie ich meine Videos schneide, wie man ein bisschen Musik drunter legt, wie man Effekte drüber legt und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass du jetzt mir folgst an den Rechner. Ich habe jetzt Filmora9 geöffnet hier. Und das ist der Startbildschirm, den du siehst. Und hier drunter habe ich mal einen Ordner gemacht. Hier Beispielvideo habe ich den genannt. Da habe ich mir jetzt einfach mal so ein paar Videodateien reingezogen, mit denen wir gleich arbeiten können. Also, ich möchte dir jetzt anhand dieses Programms mal zeigen, wie so ein ganz einfacher Videoschnitt funktioniert. Und gerade jetzt in den Zeiten kann man sich ja viel auch mal mit neuen Dingen beschäftigen. Und der ein oder andere Anfänger im Videoschnitt hat vielleicht Interesse daran. Und dieses Programm dient wirklich als perfekter Einstieg dafür. Ich kann mir als erstes mein Seitenverhältnis auswählen. Und das Standard-Videoseiten-Verhältnis heutzutage ist 16 zu 9. Früher war das mal 4 zu 3. Ich kann es hier entsprechend auswählen. Es gibt dann auch noch 1 zu 1. Das kann man zum Beispiel für Instagram ganz gut benutzen. Es gibt auch das 9 zu 16 Format. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die heutigen Smartphones hochkant dreht, also Instagram TV zum Beispiel, IG TV, sieht man ja meistens hochkant. Das ist also wirklich nur das normale Breitbild im Portrait-Modus. Dann hier, wie gesagt, 4 zu 3 wird hier in Klammern als Standard gesetzt. Das war früher mal der Standard. Heutzutage ist eigentlich Breitbild hier, also 16 zu 9 der Standard. Und 21 zu 9, das ist der Kino-Standard. Also, diese verschiedenen Seitenverhältnisse kann ich mir jetzt hier am Anfang auswählen. Für YouTube nehme ich eigentlich immer 16 zu 9. Und deswegen lasse ich das hier auch einfach mal. Und dann sage ich hier, ein neues Projekt erstellen. Und dann sind wir auch direkt hier drin in dem Programm, das Nachrichtencenter hier. Das kann ich jetzt einfach erstmal zumachen, brauche ich nicht weiter. Ich werde jetzt hier auch mal das ganze Fenster maximieren, damit wir hier möglichst viel Platz zum Arbeiten haben. Dieses Videoprogramm ist eigentlich so aufgebaut wie viele andere Programme auch, wie zum Beispiel Premiere und so weiter. Da kann man auch so ein bisschen mehr Anpassung machen in Premiere, aber dafür ist es halt auch ein bisschen komplizierter am Anfang zu verstehen. Ich finde dieses Programm, wie gesagt, für Anfänger gerade sehr gut. Und das ist eigentlich so aufgebaut wie jedes Standard Videoprogramm. Man hat hier unten auf der einen Seite die sogenannte Timeline oder auch auf Deutsch Zeitleiste. Dort kann ich jetzt hier, du siehst es hier schon an den Symbolen, einmal mir Videospuren reinlegen und einmal auch Audiospuren. Und das funktioniert ähnlich wie in Photoshop zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Videospuren übereinander habe, dann wird immer die oberste als erstes angezeigt. Da kann natürlich ein bisschen was durchschimmern und so weiter. Also das funktioniert im Endeffekt genauso wie die Ebenen in Photoshop. Bei der Audiospur ist das relativ egal, welche Audiospur über welcher liegt, weil die werden dann einfach gleichzeitig abgespielt. Da kann man natürlich die einzelnen Spuren nochmal in der Lautstärke verändern, aber grundsätzlich spielt es da keine Rolle, welche Spur über welcher liegt. So, ich habe jetzt hier also unten diese Timeline. Dann habe ich hier rechts oben mein Vorschaufenster. Da kann ich mir entweder hier mein Video dann abspielen lassen, was ich hier in der Timeline bearbeitet habe, beziehungsweise kann ich mir auch hier die einzelnen Quelldateien mir dann anzeigen lassen. Also ich kann mir jetzt hier verschiedene Dateien importieren, mit denen ich dann gleich arbeiten möchte. Dafür habe ich extra diesen Ordner hier vorbereitet. Hier sind meine Beispielvideos drin und ich habe mir auch hier eine kleine Musikdatei reingelegt und ein paar Grafiken noch dazu, damit wir das Ganze einfach mal wirklich durchspielen können. Also, hier steht jetzt, dass ich mir Mediendateien importieren kann, also zum Beispiel meine Videodateien oder auch die Grafiken. Dann habe ich hier ganz oben noch ein Menü, da kann ich mir jetzt verschiedene Sachen noch auswählen. Ich kann hier also zwischen Medien und Audio zum Beispiel wählen. Ja, da sind also vorgefertigte Sachen mit dabei, die ich nutzen kann von Filmora und die kann ich dann entsprechend hier auch einsetzen. Hier habe ich zum Beispiel auch Effekte, ich habe Elemente. Ich kann hier auch mir zum Beispiel einen geteilten Bildschirm machen. Das heißt, wenn ich mehrere Videodateien gleichzeitig abspielen lassen möchte, dann kann ich auch das hier ganz einfach machen. Und das ist das Schöne daran, dass sowas hat man zum Beispiel in Premiere nicht. Also da kann man das natürlich auch erreichen, diesen Effekt, aber halt über einen etwas umständlicheren Weg. Und das finde ich halt gerade für einen Anfänger besonders einfach hier in diesem Programm, dass es so schön dargestellt ist und man wirklich mit einem Klick das Ganze erreichen kann. So, gehen wir mal wieder auf die Medien zurück, denn ich möchte mir jetzt hier mal ein paar Medien importieren. Da klicke ich einfach einmal drauf, gehe dann auf den Schreibtisch hier und sage dann Beispielvideo. Das ist mein Ordner, den ich mir hier fertig gemacht habe. Und dann werde ich mir einfach mal alle Dateien hier einmal auswählen, sage dann öffnen. Und die werden dann entsprechend hier reinkopiert und du siehst jetzt auch, dass die hier entsprechend alle angezeigt werden. Das sind jetzt hier alles Full-HD-Videos, beziehungsweise auch die Grafiken sind auf Full-HD ausgelegt. Wenn man jetzt mit 4K-Material arbeitet, dann kann das natürlich auch abgespielt werden. Da hat Filmora sogar eine richtig schöne Engine noch hinten dran, die das Ganze vorrendert, bedeutet. Vorrendern bedeutet immer, dass man diese Videodateien dann auch wirklich flüssig abspielen lassen kann. Das Problem natürlich bei Videodateien, wenn die besonders groß wären und wenn man mehrere Videodateien auch übereinander legt, dann wird es gerade für ältere Rechner relativ schwer, die dann auch noch hier in diesem Vorschaufenster wirklich eins zu eins abzuspielen. Und deswegen nimmt man da ein sogenanntes Rendering einfach, wo das Ganze einmal schon mal vorbearbeitet wird, wenn man es jetzt mal ganz einfach ausdrücken möchte. Und dann hat man quasi eine Art Vorschaudatei als Videoform, die man dann abspielen lassen kann. Ich möchte jetzt dir mal zeigen, wie ich bei so einem Projekt vorgehe. Also ich werde mir jetzt als erstes hier mal so eine kleine Audiodatei reinlegen. Die geht genau 30 Sekunden. Die kann ich mir jetzt hier einfach per Drag & Drop reinziehen. Und die ziehe ich mir hier auf meine Audiospur. Und jetzt kann ich hier einfach mal gucken. Du hörst es auch schon. Das ist hier so eine leichte Musik, die dahinter liegt einfach. Und auf diese Musik möchte ich jetzt so ein bisschen mein Video schneiden. Da kann man dann natürlich auch so ein bisschen gucken, dass man das auf dem Beat schneidet. Weil das ist immer so die erste Faustregel, sage ich mal. Das trifft natürlich auch nicht immer zu. Aber wenn man auf den Beat schneidet, das heißt, wenn man die Videoschnitte genau auf den Beat setzt, dann wirkt das Ganze im Schnitt wesentlich flüssiger und es sieht einfach auch professioneller aus. Ja, also das ist mal so der erste Tipp, den ich dir geben möchte. Und ich habe jetzt hier verschiedene Videodateien, wo ich einfach mal mein Nisi Filterkit gefilmt habe, wie ich das Ganze aufbaue. Ja, das habe ich damals auch mal für Nisi produziert. Ich bin ja Brand Ambassador von Nisi und habe dementsprechend da auch mal ein kleines Video für die erstellt. Und das möchte ich heute einfach auch nochmal mit dir gemeinsam nachbauen. Ja, da kann ich jetzt zum Beispiel einfach mal mir eine erste Videodatei reinziehen. Auch wieder per Drag & Drop. Und jetzt werde ich hier gesagt, die Auflösung oder Bitrate der Medien stimmt nicht mit den aktuellen Projekteinstellungen überein. Möchten Sie Ihre Projekteinstellung entsprechend anpassen? Das möchte ich immer gefragt werden. Und du siehst jetzt hier, dass hier wir 50 Frames pro Sekunde in dem Video drin hatten. Und die aktuelle Projekteinstellung steht hier bei 30 Sekunden. Ich werde jetzt hier das Ganze erstmal abgleichen. Aber du kannst natürlich auch jederzeit dann nochmal reingehen hier über Datei und dann Projekteinstellungen. Und kannst das Ganze hier natürlich auch nochmal ändern. Ich kann hier auch nochmal mein Seitenverhältnis ändern. Ich kann meine Auflösung verändern. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte das Ganze in 4K zum Beispiel machen. Und ich kann auch die Bildrate ändern. Natürlich in dem Fall 50 Frames pro Sekunde sind eigentlich völliger Quatsch. Ich stelle es mal auf 25 Frames pro Sekunde. Ja, das ist hier so der deutsche Standard. In den USA zum Beispiel sind 30 Frames pro Sekunde Standard. Wobei die auch gerne so 24 oder 23,97 Frames pro Sekunde nutzen. Das hat dann so ein bisschen mehr diesen cinematischen Video-Effekt. Ja, aber gerade, ich sage mal, Anfänger merken diesen Unterschied nicht direkt. Ich würde dir empfehlen, fangen wir mit 25 Frames pro Sekunde an. So, dann klicke ich hier einmal auf OK. Und ich kann dann hier natürlich in diesem Video auch noch den Ton runterstellen. Weil natürlich hat dieses Video an sich hier auch nochmal einen Ton mit dabei. Also die Kamera hat damals natürlich auch einen Ton mit aufgenommen. Wir haben das Ganze draußen gefilmt. Und entsprechend wird jetzt das Ganze natürlich dann auch hier mit dem Ton versehen. Jetzt werde ich hier mal als erstes schauen, was ich eigentlich von dem Video verwenden möchte. Und ich möchte hier mir das Nisi-Logo einmal so ein bisschen anzeigen lassen. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich dieses Video schneiden kann. Auf der einen Seite kann ich hier einfach an die Ränder gehen und diese Ränder einfach hin und her schieben. Das heißt, ich nehme jetzt hier vorne einfach mal alles weg. Und dann siehst du auch, dass das Video wirklich, wie gesagt, auch nur noch da dann tatsächlich einsteigt. Da habe ich viel mit der Kamera gewackelt. Und genauso gut kann ich das auf der Seite hier dann auch einfach zurückziehen. Und dann schiebe ich mir das Ganze einfach mal komplett hier nach vorne. Ziehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne hier noch. Genau. Und jetzt haben wir hier so unsere erste kleine Sequenz drin. Das ist ein bisschen sehr kurz geworden. Vielleicht mache ich es ein bisschen länger. So. Jetzt kann ich hier auch mit dem Rechtsklick draufgehen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel auf Geschwindigkeit und Dauer klicken. Und da ich ja dieses Video mit 50 Frames pro Sekunde aufgenommen habe, kann ich das Ganze einfach mal mit einem Tempo von 0,5 Prozent, also beziehungsweise von 50 Prozent hier angeben. Dann wird das Ganze ein bisschen länger gezogen, beziehungsweise es wird einfach verlangsamt, das Video. Aber dadurch, dass ich mit 50 Frames pro Sekunde aufgenommen habe und diese Projektdatei jetzt hier 25 Frames pro Sekunde hat, kann ich das ohne Ruckler jetzt hier theoretisch auch so dann in einfacher Zeitlupe mir darstellen lassen. Und das ist genau das, was ich hier haben wollte. So. Okay. Das ist jetzt also die erste Sequenz, die ich hier drin habe. Und dann gehe ich mal weiter hier auf das nächste Video und ziehe mir das hier wieder rein. Und auch hier werde ich wieder gucken. Ich kann mir hier übrigens das Ganze immer ein bisschen rauszoomen oder ein bisschen reinzoomen. Ich kann auch hier oben einfach mit gedruckter Maustaste rein- und rauszoomen und kann dann so immer quasi mir anzeigen lassen, wo ich gerade oder beziehungsweise wie viel ich gerade von meiner Timeline sehen möchte. So. Jetzt habe ich hier zum Beispiel einmal ein Video gemacht. Das habe ich einfach von einem Stativ ausgeschossen. Da laufe ich jetzt hier in das Bild rein und stelle da mein Stativ auf. Und schaue ich mal, wie viel ich davon brauche. Dann werde ich jetzt hier mal einen Cut machen. Das ziehe ich jetzt hier rein. Dann schauen wir mal, ob wir noch mehr von dem Video brauchen. Ich glaube aber fast nicht. Den Rest können wir fast so wieder rausnehmen. Dann schauen wir mal das Video hier. Mal gucken, was wir hier noch gemacht haben. Ziehen wir das Ganze mal wieder rüber hier. Genau. Hier habe ich noch meine Kamera draufgepackt. Ich glaube, das habe ich mehrmals gemacht. Genau. Nehmen wir mal den zweiten Versuch. So. Dann klicke ich hier wieder auf die Schere. Den vorderen Teil, den brauche ich nicht mehr. Den lösche ich einfach. Und dann schaue ich mal, bis wohin ich das draufhaben möchte. Zack. Genau. Und dann kann ich mir das Ganze hier auch wieder zurückziehen. Ja, also ob ich die Schere benutze oder das Ganze rein und raus hier. Das ist eigentlich vollkommen egal. Das kannst du machen, wie du möchtest. So. Und jetzt schauen wir uns mal den aktuellen Bearbeitungsstand an. Gehen wir einfach hier mal wieder zurück. So, und jetzt merkst du, ich habe noch gar nicht auf den Beat geschnitten. Ich gucke jetzt einfach erst mal nur mal, welche Szenen ich eigentlich raushaben möchte. Also welche Szenen ich überhaupt behalten möchte. Und jetzt können wir im nächsten Schritt dann so ein bisschen auf den Beat schneiden. Ich werde jetzt als erstes mal noch ein bisschen gucken, dass ich noch ein paar weitere Szenen finde, die ich verwenden möchte. Das werde ich dir jetzt hier nicht alles zeigen in dem Video, weil sonst wird es natürlich auch ein bisschen sehr lang. Aber ich denke mal, das Grundprinzip hast du verstanden. Ja, also jetzt hier geht es weiter. Ich werde jetzt als nächstes hier mal diese Szene mit reinziehen. Hier mache ich jetzt also meinen Filterhalter auf. Zack, ziehe ich mich hier so rein. Schaue dann wieder. Mache ich auf. Und das kann man auch relativ schnell hintereinander schneiden einfach. Da muss man jetzt gar nicht immer großartig gucken. Da hole ich den Filter raus. Das heißt, da kommt wieder ein Schnitt rein. Das hier kann raus. Und da nehme ich den Filter einfach raus. Genau, perfekt. So, und den Rest brauchen wir schon wieder gar nicht mehr. Jetzt kann ich die Beine hier auch wieder hinten ran schneiden. So, und so werde ich jetzt weitermachen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich all diese Szenen, die ich drin haben möchte, wirklich drin habe. Und dann geht es um den Feinschnitt und um die Effekte. So, jetzt bin ich soweit erstmal fertig. Jetzt habe ich mir erstmal so die Grundszenen hier rausgeschnitten. Und jetzt kann es weitergehen, dass wir hier wirklich auf den Beat schneiden. Ich zoome jetzt hier dafür mal ein bisschen näher rein. Nicht ganz so weit. Aber so, dass wir hier gut arbeiten können. So, jetzt kann ich hier auch wirklich die komplette Timeline nutzen. Das Erste, was ich mal mache, ich werde jetzt hier mal den Sound von allen Videos hier mal komplett runterdrehen. Also die Lautstärke mal wirklich komplett runterfahren. Dass wir hier wirklich nur noch die Musik drin haben. Weil die Hintergrundgeräusche von den Videos brauche ich nicht. Das ist dann wahrscheinlich nur Wind. Von daher ziehe ich die hier mal wirklich komplett runter. So, ich habe hier aber zum Beispiel, das kann ich dir mal ganz kurz zeigen, die Möglichkeit ganz easy. Und das ist auch ein bisschen einfacher als bei Premiere zum Beispiel. Ich kann hier ganz einfach ein Fade mir reinfügen. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass die Lautstärke von dem Clip langsam lauter werden soll. Und das ist dieser sogenannte Fade. Das kann ich hier einmal am Anfang machen, einmal am Ende. Und so kann ich hier die verschiedenen Soundeffekte von den einzelnen Videos dann ganz einfach zusammenblenden, wenn ich das möchte. Hier in meinem Fall jetzt, wie gesagt, brauche ich es nicht, weil die Videos so an sich keinen Ton hatten. So, und dann schauen wir jetzt nochmal durch. Also, gehen wir mal ganz an den Anfang. Jetzt kannst du mal genau auf den Beat hören. So, hier zum Beispiel, genau hier an dieser Stelle wäre jetzt hier ein Beat. Oder beziehungsweise immer wieder die 1 oder die 3 zum Beispiel. Und da kann ich jetzt hier das Ganze mir halt so zusammenkarten, wie ich es brauche. Also, gehen wir wieder an den Anfang. Da ist sogar noch ein kleines Stück zu spät. Muss man ganz genau darauf achten. Zack. Da war wieder der Beat. Und so kann ich mir das jetzt hier zusammenschneiden, wie ich es eigentlich brauche. Ich kann nochmal ein Stück näher hier rangehen. Damit man das noch ein bisschen genauer machen kann. Hören wir uns das Ganze nochmal von Anfang an. Hier ist es noch ein kleines bisschen. Genau, ein Frame weiter zurück. Hier kann man auch gut kürzen. So viel brauche ich da gar nicht. Und hier haben wir nochmal einen guten Schlag am Ende. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, dass man da dann auf das Ende noch zum Beispiel meine Endcard hat. Ja, also da wäre das Video jetzt an sich vorbei. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel sagen, packe ich am Ende meine Endcard noch hin als Grafik. Das kann ich entweder auf die gleiche Spur packen. Oder wenn ich das möchte, dann kann ich auch sagen, Grafiken packe ich eher eine Ebene weiter nach oben. Und dann entsteht hier automatisch eine zweite Videospur. Ja, aber im Endeffekt dadurch, dass die hintereinander abgespielt werden, macht das überhaupt keinen Unterschied. Aber jetzt gucken wir nochmal ganz kurz rein. Ich ziehe das jetzt hier nochmal ein bisschen zusammen. Und jetzt gehen wir hier nochmal ganz an den Anfang. Und jetzt kannst du dir nochmal genau anhören, wie sich das Ganze auf den Beat wirklich anhört. Perfekt. So, das war jetzt erstmal der ganz rudimentäre Schnitt. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen weiter gehen. Das Video ist jetzt an sich erstmal so grob geschnitten. Aber jetzt könnte man zum Beispiel in die Übergänge hier reingehen. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, hier, ich kann übrigens hier neben den Effekten, die hier schon drin sind, neben diesen Übergängen, kann ich mir auch mehr Effekte hier noch bei Filmstocks raussuchen. Ja, also das können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Also, ich werde jetzt als erstes hier mal ein bisschen durchscrollen und mal schauen, was wir hier so für Effekte machen können. Also es gibt hier wirklich unglaublich viel, was man nehmen könnte. Von daher, ja, da hast du wirklich eine Menge Auswahl. Nehmen wir jetzt hier einfach zum Beispiel mal Wirbel. Ja, und den packe ich jetzt hier mal rüber, zum Beispiel als Effekt hier. So, und jetzt können wir uns das Ganze gleich hier nochmal anschauen. Ja, ist zum Beispiel schon ein ganz cooler Effekt. Für mich ist er ein bisschen zu lang. Deswegen kann man jetzt auf diesen Effekt hier auch nochmal draufklicken und kann das Ganze dann auch entsprechend kürzen. Ja, du kannst jetzt hier einen Doppelklick drauf machen. Da kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, die Dauer, ah, die soll, also, na, nicht mal eine Sekunde eigentlich. Ich würde jetzt hier mal sagen, wir machen nochmal 10 Frames draus. Sag jetzt einfach mal hier auf Alle anwenden. Zack, und dann siehst du auch, dass dieser Effekt jetzt hier wesentlich kürzer ist. Und dann ist das Ganze hier auch wirklich ein schöner, kleiner Effekt, wie man es auch so ein bisschen aus diesen modernen Videos kennt. Und das könnte ich jetzt hier zum Beispiel, klicke ich einfach mal wieder auf OK, könnte ich zum Beispiel auch noch auf andere Teile des Videos anwenden. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Eine einfache Rolle zum Beispiel. Schauen wir mal, was dabei rumkommt, wenn wir das hier mal raufziehen. Auch hier können wir das Ganze wieder auch hier einfach so zusammenziehen. Und dann ist der Effekt auch wirklich schneller. Zack, und schon hat man einen richtig coolen Übergang hier drin. Also, da kann man jetzt so ein bisschen hin und her experimentieren. Du kannst hier, wie gesagt, auch über Filmstocks hier weitere Übergänge noch herunterladen. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf. Dann siehst du auch, auf filmstocks.com kann man sich hier entsprechend die Filmora-Effektpakete noch herunterladen. Da gibt es also noch eine ganze Menge. Hier gibt es kostenlose Downloads. Also, da kannst du einfach mal vorbeischauen. So, schauen wir mal weiter. Ich würde gerne noch hier so ein paar Effekte mit einbauen. Zum Beispiel jetzt hier dieser Effekt. Der gefällt mir persönlich zum Beispiel schon mal ganz gut. Ja, das sieht jetzt alles so ein bisschen Vintage aus. Schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. Flimmern, ja, ist nicht so meins. Automatisch verbessern. Einfache Unschärfe. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Der sieht gut aus. 0, 0, 7 Series. Ja. Ziehen wir uns den mal hier rein. Und den packe ich einfach mal wieder auf einen neuen Filmstreifen hier oben drauf, dass wir das einfach oben drüber haben. Und du siehst jetzt auch einfach den Unterschied. Wenn ich jetzt hier mal das Ganze, die Spur mal ausblende, dann sieht man den Effekt. Ja, also so sieht es ohne diesen Effekt aus. So sieht es mit diesem Effekt aus. Und den könnte ich jetzt zum Beispiel hier über das gesamte Video rüberziehen. Bis zu meiner Endcard. Die Endcard soll natürlich nicht anderweitig hier mit einem Effekt belegt werden. Weil die Grafik genauso abgestimmt ist, wie sie sein soll. Aber der Rest, der passt so. So, aber bevor ich jetzt diesen Effekt überhaupt anwende. Ich blende ihn jetzt hier nochmal aus. Gibt es zum Beispiel eine Sequenz, die ich hier ein bisschen zu hell gefilmt habe. Das ist die hier. Ja, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe, dann sieht man, Ha, die ist sehr überstrahlt. Und die möchte ich natürlich auch noch so ein bisschen bearbeiten. Ich möchte hier also insgesamt auch noch eine schöne Farbkorrektur machen. Und das kann ich hier oben über Werkzeuge und dann Farbkorrektur machen. Und dann siehst du, wie sich hier ein Fenster öffnet. Und das kennen wir eigentlich so aus Lightroom zum Beispiel. Also wenn du meine Lightroom-Videos kennst, dann kommt einem das schon relativ bekannt vor, was hier passiert. Also wir können jetzt hier auf der einen Seite zum Beispiel den Weißabgleich ändern. Ja, also den kann ich jetzt hier zum Beispiel mal, mache ich mich mal auf über den Klick auf den Pfeil hier. Und dann könnte ich das Ganze von der Temperatur zum Beispiel ein bisschen mehr ins Wärmere oder ein bisschen ins Kühlere ziehen. Ich denke mal so minus 1 ungefähr. Passt. Dann könnte ich jetzt hier unter Farbe, könnte ich die Belichtung erstmal ein bisschen runterdrehen. Ich finde das einfach ein bisschen zu stark. Ein bisschen Belichtung runter, ein bisschen Helligkeit runter. Aber wie gesagt, darf man nicht übertreiben. Ein bisschen Kontrast kann rein dafür. Ah, und jetzt gehen wir hier nochmal auf Licht. Und da werde ich auch die Highlights hier nochmal so ein bisschen abdunkeln. So, wie gesagt, nicht zu viel. Aber grundsätzlich kennt man das hier alles aus Lightroom auch, was man jetzt hier machen kann. Man kann zum Beispiel auch hier eine Vignette noch drüberlegen und so weiter und so fort. Das Ganze könnte ich mir theoretisch auch als Vorlage speichern. Wenn ich das jetzt auf alle Videosequenzen rüberlegen möchte oder beziehungsweise wenn ich einen bestimmten Farblock mir selber erstellen möchte und den ich dann immer auf meine ganzen Projekte übertragen möchte, dann kann ich mir das hier als Vorlage speichern und dann entsprechend auch immer wieder anwenden. Ja, in dem Fall ist es jetzt hier eine einfache Farbkorrektur nur auf diesem kleinen Video. Aber jetzt passt es einfach auch viel besser rein in den Rest. Ja, sieht man jetzt, jetzt ist es nicht mehr ganz so überstrahlt. Das gefällt mir jetzt deutlich besser. Jetzt können wir hier unseren Effekt auch wieder drüberlegen. Ja, gefällt mir richtig gut jetzt an dieser Stelle. Und ich denke mal, so kann man das Ganze schon fast lassen. Jetzt geht es mir doch darum, ich möchte jetzt auf jeden Fall hier noch ein paar weitere Effekte mit reinbauen. Wie zum Beispiel jetzt hier Bokeh-Unschärfe. Das kann ich jetzt hier auch nochmal so ein bisschen drüberlegen. Ups, muss ich nochmal neu reinziehen. Und das könnte ich zum Beispiel jetzt hier auch mal direkt an den Anfang packen. Da siehst du, wie jetzt hier so ein paar, ja, so ein bisschen Bokeh einfach mit dabei ist. Ob man es jetzt überall immer haben möchte oder ob man das jetzt zum Beispiel nur über bestimmte Videos drüberlegt. Das ist natürlich komplett dir überlassen. Aber gerade hier so am Anfang vielleicht sieht es gar nicht so schlecht aus, wenn wir hier noch so ein bisschen Effekte mit dabei haben. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch noch kombinieren mit weiteren Filtern. Ja, ich ziehe das jetzt hier nochmal so ein bisschen zusammen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte noch eine weitere Bokeh-Unschärfe drin haben, dann kann man die natürlich auch miteinander kombinieren. Die werden immer aus dem Internet heruntergeladen. Also deswegen kann man sich das, je nachdem was man für eine Leitung hat, dauert es manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Aber das sind alles Inhalte, die man sich direkt aus dem Internet herunterladen kann. Man kann hier auch einfach auf diesen Pfeil klicken und dann wird das Ganze heruntergeladen. So, ich kann jetzt hier auch nochmal doppelt auf diesen Effekt draufklicken, kann jetzt hier auch die Deckkraft ein bisschen reduzieren. Also falls es mir hier zu doll ist, dann sage ich jetzt hier einfach mal, ich will das nur mit 50% angewendet haben. Genauso hier auch der Bokeh-Effekt, der erste auf der Ebene weiter unten. Den möchte ich auch nur zu 50% drin haben. Und dann ist das Ganze einfach ein bisschen abgeschwächt und sieht auch ein bisschen besser aus. So, das gefällt mir so an sich schon ganz gut. Ich klicke jetzt hier nochmal auf OK, sage jetzt hier nochmal Elemente. Da kann ich jetzt hier mir auch irgendwelche Emojis noch reinziehen und so weiter. Ja, an dieser Stelle jetzt hier nicht unbedingt sinnvoll. Aber man hat hier auch ganz coole Grafiken. So zum Beispiel so ein handgezeichneter Pfeil. Den kann ich jetzt hier mal reinbringen kurz, einfach nur, damit du es mal siehst. Den kann ich mir jetzt hier zum Beispiel reinblenden lassen. Muss ich jetzt ein bisschen kürzer machen. Aber grundsätzlich kann ich jetzt auch natürlich noch sagen, ich klicke jetzt hier wieder doppelt drauf. Kann das Ganze hier skalieren, kann ihn entsprechend anpassen und so weiter. Aber dann kann ich hier auch mit schönen Grafiken noch arbeiten. Ich kann das Ganze auch drehen. Ja, dann packen wir jetzt hier mal. Drehen wir ihn mal um ein ganzes Stück. Vielleicht ungefähr hier so 200. Ja, perfekt. So machen wir ihn noch ein bisschen kleiner. Und jetzt kann ich den natürlich auch hier einfach direkt so positionieren. Jetzt könnte ich jetzt hier zum Beispiel sagen, der soll hier entsprechend so auf den Filterhalter zeigen. Jetzt könnte ich hier auch noch mit Blendmodi arbeiten. Also normal multiplizieren und so weiter. Man kennt das ja alles so aus Photoshop und Lightroom. Wenn du damit so ein bisschen gearbeitet hast. Ich kann hier auch eine Stabilisierung noch mit reinbringen. Ja, also könnt ihr jetzt hier zum Beispiel auch dieses Video hier natürlich noch stabilisieren. Also gerade hier am Anfang hatten wir ja gesagt, es ist ziemlich wackelig, was hier passiert. Kann ich hier einfach das Video nochmal anwählen und dann sagen Stabilisierung. Und das Ganze wird dann entsprechend so ein bisschen geglättet noch. Das kann ich sagen, wie viel das sein soll. Und dann klicke ich hier einmal auf OK. Und dann ist das Ganze natürlich auch gleich wieder hier entsprechend gerendert. Man sieht es hier an diesem grünen Streifen. Wenn der komplett grün ist, dann ist das alles fertig gerendert. Wenn der noch rot ist, dann muss das Programm das noch ein bisschen analysieren. Ja, aber es gefällt mir jetzt schon wesentlich besser. Man müsste jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen was an der Farbkorrektur machen. Weil das natürlich hier alles noch ein bisschen zu gelblich jetzt gerade ist. Aber grundsätzlich haben wir jetzt hier in einer sehr, sehr kurzen Zeit schon echt ganz cooles Video gemacht. So für ein paar Sekunden. Hier also diesen Effekt, den muss ich auch nochmal ein Stück zurücknehmen. Ich denke mal hier so ungefähr 60 Prozent reicht vollkommen aus. Und du siehst jetzt, jetzt ist gerade wieder alles rot hier. Und es wird jetzt hier gleich wieder grün, sobald wir das Ganze fertig hier analysiert haben. Ja, jetzt analysiert er das Ganze, jetzt rendert er das quasi nochmal. Und dann können wir das Ganze auch wieder flüssig gleich abspielen. So, gehen wir nochmal zurück hier an den Start. Schauen wir uns das Ganze nochmal final an. Perfekt, schöner Übergang drin. Und da haben wir unser fertiges Video. Jetzt wollen wir das Ganze am Ende natürlich noch exportieren, damit wir das auch wirklich fertig machen können für zum Beispiel YouTube. Ja, deswegen klicke ich jetzt hier oben einmal auf Exportieren. Jetzt kann ich mir hier einmal das Format aussuchen. Ich kann das Ganze auch für verschiedene Geräte. Ja, da gibt es dann so Voreinstellungen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte das, ja, zum Beispiel auf meinem iPad mir abspielen lassen und auch fürs iPhone, dann kann ich mir das Ganze hier entsprechend, ja, mit vorgefertigten Einstellungen machen. Ich kann hier auch auf YouTube klicken. Dann wird das Ganze direkt auf YouTube hochgeladen. Müsste ich mich jetzt hierzu anmelden. Aber grundsätzlich kann ich dann einfach hier sagen, Videotitel eingeben, Beschreibung eingeben, die Tags und so weiter eingeben. Und dann wird das direkt aus dem Programm hochgeladen. Zu Vimeo geht das Ganze genauso. Man kann theoretisch auch noch eine DVD erstellen. Ich weiß zwar nicht, wer heutzutage noch eine DVD erstellt, aber grundsätzlich geht das. Ich möchte das Ganze jetzt hier einfach als einfache Videodatei mir abspeichern und das Ganze als MP4-Datei. So, jetzt sage ich einfach hier MyVideo. Da gebe ich mal einen anderen Namen ein, wie zum Beispiel Nisi-Filter Trailer. Und jetzt kann ich sagen, wo ich das Ganze hier abspeichern möchte, wie zum Beispiel auf meinem Schreibtisch. Ja, und die Auflösung ist Full-HD. Das Ganze wird am Ende 30 MB groß sein und hat eine Dauer von 30 Sekunden. Jetzt kann ich hier noch sagen, Hardwarebeschleunigung für Videokodierung sollte man immer mit anwählen. Ich kann hier nochmal in die Einstellungen reingehen, kann hier nochmal die Bildrate verstellen. Ich kann auch die Auflösung nochmal verstellen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich alles soweit erstmal okay. Ansonsten sollte man natürlich hier sagen, Qualität, beste Qualität vielleicht noch. Also da ist dann die Bitrate ein bisschen höher. Aber grundsätzlich, ja, dann ist das Ganze hier auch bei einer Größe von 75 MB. Aber man sollte versuchen, gerade wenn man hier auf YouTube hochlädt, immer mit einer wirklich guten Einstellung zu exportieren, damit das Ganze auch am Ende schön knackig dargestellt wird. So, und jetzt klicke ich hier einmal auf Exportieren. Und man sieht hier, wie schnell das Ganze auch geht. So, dann kann man hier theoretisch noch sagen, was man für Videos erstellen möchte in Zukunft, damit Filmora weiß, was für Effekte so in Zukunft vielleicht noch erstellt werden sollen und so weiter und so fort. So, und jetzt habe ich hier meinen fertigen Trailer. Also das Ganze wurde jetzt hier im Finder angezeigt. Das ist mein Nisi-Filter-Trailer. Da kann ich einmal draufklicken und dann haben wir hier unser fertiges Video. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Also Filmora9, wie gesagt, kann ich nur empfehlen für den Anfang. Die Links dazu findest du auch unten natürlich in der Videobeschreibung, wo du dir das Ganze dann runterladen kannst, kaufen kannst und so weiter. Es gibt natürlich auch eine Testversion, eine kostenlose. Von daher, schau da einfach mal vorbei. Und dann probiere es einfach mal selber aus. Jetzt in dieser freien Zeit. Ansonsten kannst du mir natürlich auch auf Instagram folgen. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort. Dort kannst du immer meine neuesten Fotos dir auch anschauen. Und ja, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir uns auch dort wiedersehen. Und ansonsten möchte ich darauf hinweisen, gibt es seit gestern eine kleine Aktion in meinem Online-Store. Wegen des Coronavirus sind jetzt natürlich viele Leute zu Hause und haben viel Zeit. Und da wollte ich euch natürlich auch die Möglichkeit geben, so ein bisschen zu profitieren, wenigstens einen kleinen Rabatt von 15% geben, wo ihr dann damit einkaufen könnt in meinem Online-Store. Und euch vielleicht noch ein kleines Videotraining herunterladen könnt, was ihr dann in dieser Zeit konsumieren könnt. Also viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.